Was hatte ich erwarten? So, machen wir hier noch eine moderne Lerche. Machen wir das parallel. Machen wir den noch hier hin. Ah, jetzt ist der... Egal. Lassen wir mal über den Weg laufen. Machen wir den... Ne. Den hier hin. Das ist der Maul-Zombie. Und dann den. Oh, jetzt ist der Schmetterling gestorben. Oh. Da steht ein Schmetterling. Ja, weil der im Baum einfach festglitscht. Oh, will man wohl gar nicht mehr. Was hat der ausgespuckt? Silberbirge. Äh... Tut da hin. Dann passt das. Und jetzt habe ich noch einmal von jedem. Mache ich den mal da hin. Ich probiere es einfach. Und den hier hin. Ich dachte gerade Hello Kitty Warnock kommt. Ach so. Ich hab Gott schon wieder so einen Schreck bekommen. Weil Hello Kitty Warnock. Ja. Incoming. Hello Kitty incoming. Ich hab ja aufgestrangen. Ich war letztens nur bei Johnny eingeschlagen. Ja toll, aber man ist immer noch so schreckhaft dann. Wenn das so ist. Ja. Ja. Boah. So, das kommt einfach weg. Hier brauche ich gerade nicht. Kein Nerv dazu. Wusstest du, wenn du in den Suchbefehl add-online schreibst und dann den Mod-Namen, dann findet der an die Sachen. Ne. Wusstest du jetzt auch nicht. Wusstest du jetzt auch. Ja, aber mittlerweile weißt du sowieso entweder die Rezepte auswendig. Hm. Ne, ich meine ja. Oder ich kenn die Namen auf Englisch. Ach, laber nicht. Doch. Nein. Du sollst nicht labern. Äh. Mein Scherl ist da euer. Ja, ja. Dön, meine. Nö, nö. Ssssssssss, ssssss. Du niemals haben das gemacht. Nee. Ach, verdammt. Soll der Scheisse hier. Geh doch einfach da in die Lücke rein. gibt es da keine stühle oder so eine stühle gibt es nicht gibt es nicht aber egal was halt normale obwohl du kannst dir welche mit dem micro blocks herstellen sagt nur viel spaß aber du kannst du welche dabei herstellen haben wir nicht aber hauptsache zu faul so ist es jetzt ist es war mich mal mehr fitze auf weil ich kriegst du bist bescheuert du hast ein dachschaden und flash ist so bescheuert aber so richtig bescheuert was das war der stuhl hätte so gequetscht doch ich hab's mir nicht okay hab ja recht na ja so nicht ausnahmsweise nicht so jetzt bräuchte mir steckt was im hals fest ich brauche einmal grün rot weiß und grün gelb schwarz doch weil ich keinen bock habe das anders zu lösen ich habe denn und dann noch von der kiste da habe ich sogar noch heißen scheiß lieben weiß ich scheiß lieb weiß ich scheiß lieb er steht auch mal also grün rot weiß ist für grün bienen das ist bienen ok nein da sind bienen 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 egal ich muss das sowieso gleich nochmal weil ich es vergessen habe wer kann sich das denn merken dass das bienen ist also nicht ja siehst du du nicht ich nicht da hast recht ich auch nicht so warte mal ist hier vorne noch irgendwo so ein dinge ne nur hier ok dann machen wir das jetzt auf altmodischer art hier jetzt sagt zick 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 altmodischer art altmodischer art so ich brauch den schraubenschlüssel dann kann das schwert nämlich weg das war wirklich das mal kurz weg vor allem ist mich verarschen ne verarschen will ich dich wirklich nicht so dann machen wir mal so nein das komme ich wieder nicht weg ich glaube es nicht nach kommen jetzt kann ich mich hier ok ja 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 so ist das muss ich jetzt konzentrieren so das ding muss in richtung wo es hin soll also da gleiche gilt hier in die richtung hier auch in die richtung nein hier hinten auch in die richtung doch nein 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 kann man so machen nicht weg gehen allein das bleibt und nächste reihe ja ja ach komm mal den schraubenschlüssel mal hier vorne hin ist so 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 wo ist jetzt die mitte da die müsste wieder hier sein so dann die ttt keti tt titi tt huh muss das extra mich zu ärgern nein ich doch nicht nein nein ich doch nicht ich bin ganz lieb weiß du auch ok das ist gelogen Nein, ist es nicht. Ich auch. Gute Nacht. Was ist los bei dir? Warum gehst du dann? Okay. Weil du mich angesteckt hast mit dem Gehen. Doch, hast du. Das ist jetzt das erste Loch. Ach verdammt. Das erste Loch. Loch. Er hat Loch gesagt. Er hat nicht Loch gesagt. Okay. Okay. So. Da geht alles runter und ich hab meine Ruhe. Machst du nicht. Kann das nämlich. Ach, ich hol mal das Schwert raus. Nein, machst du nicht. Ich hau dich gleich ohne Witz. Ich hau dich. Mach dich. Mach dich kaputt. Du Otto. Mach dich kaputt. Du Otto. Ja, wer sonst, du Otto. Du Otto. Toto. Äh, mir auch. Toto. Okay, das passt jetzt. Ja, mach ich das jetzt. Ja, mach ich das jetzt. Unprofessionell, wie ich immer bin. Mach ich. Machen wir das in Schwarz. Ich geh das auch mal hin. Ja. So, und das machen wir dann. Dahin. Ja, ja. Dann gehen hier die Dinger durch. Ähm. Ich brauche eine dritte Fraktion. Scheiße. Scheiße. Scheiße sagt man. Oder. Oder, oder, oder. Meister Yoda. Kann ich das hier hinten noch umklemmen? Hm. Ich glaube eher weniger. Ja, ich muss das hier unten auch umbauen. Jawoll. Yay. Ja, denk ich mir grad auch. Ich kann hier hinten alles wieder umbauen. Was ist das zum Kotzen? Ich muss die Truhe einen rübersetzen. Eine Pumpe aufbauen. Äh. Scheiß Diamant aufbauen. Alles runter. Boah. Ich krieg's ganzen. Scheiße. 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 Sagt der Flash. Kacke. Kann doch nicht extra dafür. Nein. Oder. Kann ich. Kann ich. Kann ich. Kann ich nicht. Doch. Kann ich. Doch. Ich mach mir einfach ne neue Kistensorte. Huhohoho. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Weil ich so gut bin. Nein. Ah. Doch. Oh. Doch. Oh. Doch. Ich brauch ne Ender Chests. So. 59 Ender Chests hab ich noch. Ich brauch nur ne Farbkombination. die. Und ich nehm die. Nein nimmst du nicht. Das müssen wir auch mal widersprechen mussten. Weißt du doch. Die. Und ich nehm die. Nein nimmst du nicht. Das müssen wir auch mal widersprechen mussten. Weißt du doch. Ohja. Und ich pay mir was viele rum gebastelde. Wow yeah. Döööööööööööööööööpt. Weil ich das für faul bin. Wie immer. ok das ist natürlich kacke jetzt hier ja aber sowas von zwar und zwar ändern wir das in der folge dass wir zentos erstmal anfangen zu schlagen das ist die grundvoraussetzung fangen wir damit an machen wir mal die kiste geht auch nicht pinke eimer pinke eimer die sind einfach überall oh ja oh ja oh ja was war so so und so aber nicht dann haben wir das nämlich und so so